ARD Text im Auftrag von Funk Wir haben Stress Livestream Genau Wir haben richtigen Stress Selbst wenn man mal ne Meinungsverschiedenheit Livestream Ihr kennt das vielleicht nur so Aber man muss nicht immer alles auch auf Youtube austragen Nicht dass wir jetzt Stress gehabt haben Aber man muss nicht immer alles öffentlich austragen Genau Und hab eben da zuhause kommen die Benachrichtigung bekommen auf mein Handy Ja geil Mina bekommt manchmal auch so einen Tag später oder so eine Art Meldung Ganz komisch Du weißt halt so von den Klingelobby Digga also Halt die Schnauze Karsten ich wurde deswegen schon gebannt Lass das bitte Echt? Ja echt Ey das bleibt schon hier Was Karsten meinte war negativ Ja Ja Oh Gott Schnitte So wieder da Okay Digger man kann mit der Waffe nicht spielen Aua Man kann nur MP spielen geht nix anders nanj du dreckiger Sniperhal Sau Heinienia Tegger Oh doch Digger Wotsin so oft Ah ich war noch nicht einmal bei der Flagge B ne ist das ungewohnt wieder mit controller ich glaube ich kann mit der klasse also ich weiß nicht wenn du die division die division die lenke spielers modus so ich bin jetzt bei 10 ja alles klar bitte bei w oder oben drüber zu b weiß ich was heute los ist freunde vielleicht muss der knot ist doch platzler mit deiner shortcut die leute müssen auch wieder bei sie nichts was war das denn ach ne mine ich bin mal b jungs wäre cool wenn ihr mir helfen würde der schmeißt den nade dahin ja ja drei oder vier leute sind da wenn wir das schaut kann oder was nein so ein drecks random mit zwölf zu zwölf alter der einfach mich mit seinem scheiß time lag die ganze zeit ja da kommt einer kasten geht hinterm bunker land bei c sniper wischkei bbs frei wieder weg geboren worden ist ich glaube die sporn immer noch bei c wenn wir nicht alles und wo kam der herr von oben oder das sind eigentlich diese fallschirmjäger hat das mal jemand gehabt zwei stück aber das ist so wie keine ahnung ich habe eine drohne jungs geil gameplay krieger schick ich dir ein unbedingt schlippen die drohne direkt an optik eine bewerbung die sporn hinter der kasten achtung und die krege war auch besser gerade auf krampf aber und man ist aufhältnismäßig echt langer weg digga jetzt macht die waffe mal wenigstens ein bisschen einer auf der brücke er tot wie uwe am knacken als ein stück blatt papier weg ist müll alter sind die werte gehen jesus maria ich mache den monte eine drohne ab sofort immer wenn wir eine drohne haben müssen wir sagen ich mache den monte lecker 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 ich finde wenn man die drohne hat dann kommt die fritz bombe eigentlich auch schnell hinterher ja ich sehe nur sein kopf digga er kriegt 22 ich krieg zwei hits auf sein kopf er stirbt nicht solche wie euch habe ich in mw2 angezündet habe ich euch ich habe ich across die net mit einem fahrer habe ich euch vernascht habe ich euch den ganzen tag die gleiche märz wir erobern baker das fand ich fast nicht wahr die runde haben schon einigermaßen geworfen aber das den ganzen abend ja mach doch noch zwei drei runden über die kasten aber erst essig in ruhe ja das wäre korrekt aber wann wann haben wir das letzte mal zusammen gezockt ich habe auch keine lustige ganze märz aber fürs old school feeling weißt du mach doch nicht den schatzi ja dann ich stand neben dir monte ja dann brauchen wir brauchen wir brauchen die verloren die sind schon auf da drauf man diese scheiß halbzeit halt deine schnauze jetzt aber ich denke diese halbzeiten du bist voll drin in der holger als garten gegner vor dir und dann kommt diese scheiß anzeige halbzeit digga hasse ich einfach du bist im intensiven fall wer meint darum tut so wie vom ganzen zocken schon gehen so nett du sollst dort viele flaggen einnehmen damit deine streaks erreicht mega heiß und salz und danach die pizza übelst geil der konflikt und so gescheit hab ich gesagt so ja dann b ist einer drauf digga naja ich hab ihn ich hab bei dir die gesehen du hast irgendwie drei granaten manchmal dabei ja die machte das perk also nehmen drei granaten zwei wert kann an eine ganze ja genau ja genau mods da absolut granaten über die märz ampfeffern ja ja klar ich muss auch sagen ich gucke mit einer so einer kleinen näg drum ja die blenden die sind halt gut um auf zu checken ob dann auch ein gegner ist auch nicht so lass mal jetzt das müssen wir kriegen jetzt ja ich bin bei b wieder aber die sind hier aber ich hab schon drei geholt hier ja schon aber das ist dann du bist irgendwie voll eingeschränkt von der zusammenstellung du musst es immer was ich wie viele aufsätze auf deine waffe machen und hier hier noch wenn du eine planate wollte ich muss es wieder auf dem perk verzichten und so hier kannst du ach komm ich finde auch beim drop ja genau da und geilen sofort auf deine rosette einer ist bei b ja kommt da eigentlich noch ja komm ich oder auch nicht aber b ist einer an der treppe zwei bei ja wenn man eine drohne hat ist man kurz von yukia ist wirklich so die spawnen jetzt bei a und guck mal da stirbt einfach niemand du schießt nur jetzt auf die flagge die ganze zeit also die artillerie das ist so so useless und das ist einer der höchsten steaks mann da müssen wir auf jeden fall auch noch was ändern bullshit gnadenlos ich habe noch niemand gesehen der mit der artillerie mehr als einen kill gemacht wartet mal mit c hinten oder ja kein bock das ding jetzt rauszauern wenn alle kills gegelt werden ist ja noch ins gegner team gejoint auf krampf das ist einfach so schön nach kids aus jetzt werden wir geklaut ja fritz x bombe ah ja aua was denn digga der war nice von mir getroffen oh auch nice ah da kommt denn in diesem sinne meine buzza haut rein tschau tschu